Geht ums League OPEC, ne, schnick, schnack, schnuck. Ich fang an wieder. Gehts ums League OPEC. Katastrophales Lied. Oh, nehmen wir den hier mit. Ah, nee, das ist die schlechte. Wir müssen die mitnehmen, Jungs. Ja, FIFA Gaming Musik ist besonders gut. Kane, wenden wir? Nee, rüllet. Oh, fuck. Ich muss den Kräuvinator mitnehmen. Jetzt bist du jetzt geil, oder was? Ja, Digga, man muss den Kräuvinator sitzen lassen. Schon krass. Ah jo, wie viele Ecke wollen sie wieder? Michael. Schieb so neu. Ah jo, noch ein 92er. Oh, Uffett. Oh, neu. Michael. Ja, noch ein 93er. Nehmen wir noch mit. Was ist dein Ernst, Digga? Chill doch dein Leben, Digga. Lass mich... Ich baue doch den Draft hier. Ne, du. Komm, klar. Scheiße, ich wollte eigentlich auch gerne auf den Torwart gehen. Oh, nein. Der muss mit. Da passt er zu. Kim Min, ja. Warum nicht? Ich hab da hinten... Da hättest du nicht gepasst. Ja, muss aber mit. Alles Mögliche da aktuell drin. Simon, 33. Erste Züge von Alzheimer sind zu spüren. Warum? Why? Why? Ja, moin, Digga. Wichtig. Da kommt noch die ein oder andere eigene Eingeflogen. Ganz wichtig. So, wir nehmen mal mit. Tyler Swift. Da nehmen wir den guten Tomori mit. Da passt es aber gar nicht. Wir nehmen mal den Beste mit. Auf abgehoben. Muss ich mitnehmen. Nein, warum? Muss ich allein. Du hättest doch den vorne reinstellen können. Was? Brauche ich nicht. Du hättest Obermaß ins Tor gestellt. Quatsch. Boah, heilers. Jetzt kriege ich erstmal Messi. Gegen so einen verliere ich, Digga. Jetzt kommt erstmal Messi rein. Digga, eine Eingeflogen muss man immer mitnehmen. Das ist zu krass. Auf Ehre, Clement. Sehr schön. Gibt ja auch nochmal einen Minus. Torwart brauche ich mal. Ist es jetzt schon noch gut? Oder geht noch? Ja, ja, gut. Tut zwar ein bisschen weh, aber es ist jetzt gut. Boah, komm schon. Boah, Hopp ist doch scheiße. Jetzt bitte joke hier. Bitte joke. Sieht gut aus. Halt dein Maul. Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Halt dein Maul. Timo, also diesen Slapstick Draft musst du bestrafen. Ich gebe alles, Digga. Haben die gejoked. Komme ich aus der Nummer wieder raus. Ich habe immer einen Torwart. Er tauscht doch einfach. Halt die Schnauze. Das bringt doch gar nichts. Was soll denn das bringen? Guck mal, das gibt Minus. Ja. Da gibt es Wow. Super. Toll. Schön. Bist du wohl weiter? Ja, klasse. Tausch Riegelme. Das freut mich für dich. Soll ich noch irgendwas sagen oder passt das? Halt die Schnauze. Bring Morales wieder. Dann ist Morales durch. Ah ja. Habe ich noch höher durch. Krass. Schön. So, kann ich das einfach bringen. Da hast du noch 192 da stehe. Oh, dann bin ich zufrieden und gebe das Ding ab. Na, nehme ich den mit. Hörst du, Flickse. Da habe ich ihn abgehoben, Jungs. Seitdem er gebrochen hat, ist er so abgehoben. Seitdem bin ich ein neuer Mensch. Dann lachen sie das Peck an. Save 4-2-3-1 jetzt dabei. Musst 4-2-2-2 nehmen. Die hat er bei der Zeit echt gar nicht mehr gegönnt. Mhm. Die hat echt gar nicht mehr gegönnt. Oh ja, Lukas. Vollbremmer League. Ah ja. Ah ja. 9,90er, komm. Ah ja. Fibroski. Arid. Da hat sich doch immer dein Wasser richtig zu. Das ist knattert. Fühl ich aber gerade richtig, ne. Ach, der Michael. Ja, die Ausstellung ist aber trotzdem, aber meistens auf der Ersatzbank wird es halt scheiße. Auf der Ersatzbank wird es halt richtig scheiße. Was mach ich? Geh einfach auf die Ersatzbank. Digga, hast du gestern gesoffen? Aber okay, den nehm ich mal mit. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Aber trotzdem. Aber den nehm ich halt mal mit. Digga, vielleicht ist das... Guck mal, vielleicht ist das ein Trick, ne? Ach, Charibi. Ach, Charibi. Aber du musst eigentlich jetzt Moran mitnehmen. Okay. Okay. Das ist die Kinder hier, ne? Du mori. Willst du Haribi wirklich drin lassen, da draußen? Ja, Mann. Okay. Ja, Leibold passt, ne? Das ist ein Erdkind. Digga, nimm doch Leibold mit. Was ist bei dir los? Ich glaube, ihr habt beide gestern ordentlich gesoffen. Oh, Lehmann. Lehmann. Okay. Okay. Kassel Mühe. Kriegt mir erst mal nix. Walkie, Walkie, Talkie bringt mir auch nix. Nexi, willkommen in der VIP-Army. Nimm aber dich mit, Brasser. Jetzt kriegst du nur die, sag ich. Hm, gute Auswahl. Guck mal, du kriegst ein RV, Zer, ein LV. Wow. Holt Bayern das Triple? Na, glaube ich nicht. Moin, Digga. Moin, meinte. Da kommt auch immer nur in der Aufstellung, ne? Wo du den nicht gebrauchen kannst. Lächerlich. Du musst den 94er-Halb mitnehmen. Ja, aber eigentlich müsste ich Jordi mitnehmen. Das wäre ein Pussy-Modus. Das wäre ein Pussy-Modus. Wer gewinnt die CL? Boah, Digga. Sau schwer. Ja, was glaubt ihr? So, jetzt muss ich nach vorne noch irgendwas. Hm, hm. Nicht gesehen, die Schweinsteiger-Doku. Bayern, Paris. Aha, Paris. Paris können halt wirklich sein. Wow. Ja, ne. Schöne. Ah, ja. Digga, da geht ja gar nichts. Hm. 92er kriegst du dann. Nett, ne? Hm, hm. Wär zu wild. Also, klar, ich würde Bayern gönnen, aber ich glaube, sie schaffen es nicht. Das Schatz. Atalanta, Bergamo. Das war's. Äh, Eid dort. Rutschegang. Danke, dass ich beide Packs öffnet habe. Vielen Dank. Ich bin aber offen für Angebote, ne? Eid, 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 Eid. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Dann? Kommt kein Angebot. Kommt keins, okay. Dann möchte ich gerne mal ein Pack aufmachen. Kommt keins. Du gehst eh rutschen. Na, danke, dass man halt auch so geholfen wird, weißt du? Und die Schmach gebe ich dir mit sogar noch auf den Weg. Dankeschön. Du hast heute schon mal geglänzt mit dem Handanovic. Und ich sag... Was wäre ich denn jetzt glänze? Welches haben wir? Äh, Ligue 1. Mandanda. Oh nein. Du machst den Doppelpack klar. Benjeda war stark. Benjeda war gut. Äh, Neyney war gut. Atal war gut. Na, Neyney, ja, nehm ich mal raus. Atal war gut. Mbappé war stark. Ja, rede doch nicht über sowas. Was schlauerst du? Mach noch einen Punkt. Neyney, zieht euch. Wenigstens Marquinhos, der geht. Besser wie Thiago Silva. Und besser wie Neyney. Wie Neyney. Ja, was hätte man gemacht mit zwei Antwerp-Neyneys? Icon-SPC. Wow, wie nice. Ich mach jetzt nicht. Sollen wir eine Icon-SPC machen? Nein. Warum nicht? Jetzt holt erstmal die zwei Siege, die will ich jetzt mal weg haben. Bis zum nächsten Mal.